Also ich frag mich ehrlich ein bisschen, was er sich dabei gedacht hat, weil das hier macht mich echt ein bisschen betroffen. Du kannst was nicht reparieren, dann hol doch den Reparier-Ben. So oder ähnlich könnte das neue Jingle für mein neues Format, der Reparier-Ben, klingen. Das war natürlich eine musikalische Meisterleistung, aber was ist der Reparier-Ben denn eigentlich? Ja, der Reparier-Ben tut genau das, was der Name sagt, er repariert Sachen. Und was repariere ich für Sachen? Eure Sachen natürlich. Ich werde in diesem Format versuchen, Zuschauer-PCs zu reparieren. Und bevor jetzt ganz viele Leute in die Kommentare schreiben, oh mein Gott, du hast doch dieses Format von Greg Salazar bzw. ehemal Science Studios geklaut. Nein, habe ich nicht. Es stimmt zwar, dass er dieses Format natürlich zuerst gemacht hat, aber ich bin einfach mal auf Twitter gegangen und habe ihn gefragt, Hey, wie schaut es aus? Wäre es cool, wenn ich das Format in Deutsch mache? Und er so, ja, mach einfach. Nennen es einfach nicht gleich. Und deswegen ist der Reparier-Ben entstanden. Der originale Creator dieses Formats hat also überhaupt gar kein Problem damit. Und im Grunde genommen ist es ja auch einfach nur gut, wenn immer mehr Leute so ein Format machen, weil dann werden mehr PCs repariert. Hoffentlich. Ob ich alles reparieren kann, weiß ich noch nicht. Wir fangen heute auf jeden Fall mal an mit diesem Teil hier. Dieses wunderschöne Gerät wurde mir von einem Viewer zugeschickt und die Fehlerbeschreibung lautet, dass der PC kein Bild mehr ausgibt. Das Problem ist folgendermaßen entstanden. Also der PC hat ganz normal funktioniert und dann hat der gute Mann zu Hause eine M-SATA-SSD, ich glaube mit 128 GB gefunden. Und er dachte sich, je mehr Speicherplatz schadet nicht und hat deswegen den ganzen PC auseinandergenommen, um diese M-SATA-SSD auf dem Mainboard zu verbauen. Und natürlich hat dieses Mainboard kein M-SATA-Anschluss, was ihm dann auch aufgefallen ist. Also hat er gar nichts gemacht, er hat den PC wieder zusammengebaut und dann hat er nicht mehr gebootet, beziehungsweise kein Bild mehr ausgegeben. Das kann natürlich jetzt ein sehr, sehr leichter Fix sein, das kann was Komplizierteres sein. Wir machen das Teil jetzt auf jeden Fall mal auf und schauen rein. So schaut das gute Stück dann von innen aus. Es ist ein bisschen sehr viel los, weil das Gehäuse ist wirklich sehr, sehr klein und es sind sehr große Komponenten hier drin verbaut. Vor allem die Grafikkarte ist natürlich ein Gigant für so ein kleines Gehäuse. Das ist, soweit ich weiß, eine 2070 Super, müssen wir aber noch genauer herausfinden. Wir haben hier einen 8700K drauf, wenn mich nicht alles täuscht. ein MRTX-Mainboard, irgendein Xilence-Netzteil, wir haben eine Xilence-AIO drauf und das war es dann eigentlich auch schon wieder. Das Kabelmanagement ist natürlich nicht so der Burner, aber er hat hier sein Bestes gegeben, das irgendwie schön hinzubekommen. Genau, wir haben noch 32 GB RAM, soweit ich weiß. Das ist Core sehr LPX, so wie ich das sehen kann. Und ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Das ist ja das Front Panel, das normalerweise durch das Seitenteil durchschauen sollte. Das liegt hier einfach nur so rum. Okay, wurde vielleicht aus Platzgründen oder was auch immer entfernt. Aber ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal einen Boot durchzuführen und schauen, ob wir ein Bild bekommen. Was natürlich nicht der Fall sein sollte, wenn das Problem richtig beschrieben wurde. Aber es schadet natürlich nicht, das Ganze jetzt einfach mal auszuprobieren. Weil vielleicht hat sich das Problem schon von selbst gelöst. Das ist wirklich auch ein Highlight für mich. Ich muss zum Starten jetzt hier dieses Front Panel rausziehen und ich glaube, das hier ist der Power Button. Oder auch nicht. Dann ist das hier wahrscheinlich der Power Button. Ja, sieht schon besser aus. Mal schauen, ob wir ein Bild bekommen, Freunde. Also ich habe jetzt ungefähr 30 Sekunden gewartet. Wir bekommen definitiv kein Bild. Dieses Mainboard hat auch keinerlei Debug-LEDs oder sonst irgendwas. Man könnte natürlich jetzt einen kleinen Speaker anschließen und schauen, ob das irgendeinen Fehlercode ausgibt. Meistens sind diese Fehlerpiepstöne aber nicht wirklich zu 100% richtig oder sonderlich hilfreich. Und deswegen lasse ich das hier jetzt einfach. Ich habe das Gerät jetzt erstmal wieder ausgemacht und wir schauen uns jetzt direkt ein paar Sachen an, die man als allererstes überprüfen sollte, wenn man kein Bild bekommt. Zuallererst sollte man natürlich die Kabelverbindungen checken. Am besten die Hauptstromkabel zuerst. Grafikkarte natürlich. Dann noch das 24-Pin-Kabel hier drüben an der Seite. Das ist auch gut drin. 8-Pin EPS ist auch richtig drin. Also die Hauptstromkabel sitzen soweit schon mal richtig. Bei einem modularen Netzteil kann man auch am Netzteil direkt nochmal überall richtig draufdrücken. Das hier ist jetzt halbmodular. Das heißt, der 24-Pin und 8-Pin sind fest. Die anderen Kabel sind modular. Hier ist aber auch alles fest. Es scheint mir jetzt also nicht an einem losen Kabel zu liegen. Wäre natürlich jetzt auch zu schön gewesen, wenn es direkt ein loses Kabel gewesen wäre. Aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass das nicht das Problem ist. Er meinte ja, er hat den PC komplett auseinandergenommen. Also auch AIO und sowas abmontiert. Ich weiß nicht, ob er die CPU rausgenommen hat. Keine Ahnung. Kann natürlich auch sein, dass es ein Mainboard-CPU- oder RAM-Issue ist. Oder ein Problem mit dem Netzteil und gar kein Problem mit der Grafikkarte erstmal. Grundsätzlich kann eigentlich fast jede Komponente den Fehler erzeugen, dass kein Bild ausgegeben wird. Als nächstes nehmen wir erstmal die Grafikkarte raus und versuchen ein Bild über die iGPU auszugeben. Ich weiß aber wirklich nicht, wie er die hier reingebracht hat, weil... Ich weiß gar nicht, wie ich die hier rausbringen soll. Äh... Okay. Also es muss ja irgendwie eine Konfiguration geben. Vielleicht muss ich das Front Panel ein bisschen wegziehen. Und dann nach oben kippen. Nope. Ich weiß nicht, wie ich die Grafikkarte rausbekommen soll. Yay, ich hab sie rausbekommen. Das ist eine sehr schöne Karte. Das ist actually eine 3070 Gaming Z Trio. Wow. Es ist tatsächlich eine 30er Karte. Ich dachte, das wäre eine 20er Karte. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Gaming Z Trio von MSI. 3070, okay? Not bad. Ich muss jetzt ehrlich sein, mir tut ein bisschen weh, wie in das Gehäuse hier reingezwängt wurde, weil meiner Meinung nach macht man sowas mit einer 3070 nicht. Aber naja, es gab wahrscheinlich keine andere Möglichkeit. Er hatte auch hier so einen wilden Grafikkartenhalter drin. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Und ja, der hält die Grafikkarte hoch, dass man nicht so einen starken GPU-Sack hat. Aber das hat hier natürlich auch extrem viel Platz weggenommen. Wir versuchen jetzt nochmal über die iGPU der CPU zu booten. Das sollte ein 8700K sein und keine F-CPU. Wenn es eine F-CPU ist, dann haben wir natürlich keine iGPU da drin. Dann bringt uns das hier nichts. Aber soweit ich weiß, ist es ein 8700K. Das heißt, man kann es auf jeden Fall mal versuchen. Ich habe davor auch kurz das BIOS resettet, indem ich die BIOS-Batterie kurz rausgenommen habe. Aber auch hier nach 30 Sekunden ungefähr wird immer noch kein Bild ausgegeben. Bevor wir mit der Hauptplattform weitermachen, würde ich gerne kurz die Grafikkarte unabhängig von diesem System testen. Einfach auf meiner Testbench kurz anschließen und schauen, ob das Ding dort ein Bild ausgibt. Weil dann können wir uns schon mal sicher sein, okay, es liegt nicht an der Grafikkarte. Also ich habe die Grafikkarte jetzt direkt mal angesteckt und wir bekommen sofort ein Bild. Das heißt, wir haben Glück, es liegt definitiv nicht an der Grafikkarte. Die 3070 funktioniert auf jeden Fall noch ganz normal. Was auch wirklich sehr, sehr gut ist, weil bei diesem System ist natürlich die Grafikkarte mit Abstand die teuerste Einzelkomponente. Und es ist halt wirklich einfach eine sehr, sehr schöne und sehr geile Karte. Und deswegen freut es mich, dass sie nicht kaputt ist. Bedeutet aber, dass irgendwas anderes mit diesem System nicht stimmt. Und weil es wirklich ein Pain ist, in diesem Gehäuse zu arbeiten, werde ich jetzt einfach erstmal alle Komponenten ausbauen. Und dann können wir uns die genauer anschauen. Also ich nehme gerade alles auseinander und ich habe tatsächlich noch nie so viele Kabelbinder in einem System gesehen. Deswegen kann sich das ein bisschen langwierig gestalten. Ich habe jetzt alles auseinander gebaut und jetzt sehen wir auch genauer, was wir hier verbaut haben. Wir haben hier ein Asrock Z370M Pro 4 Mainboard. Als SSD haben wir hier eine 500 GB 970 EVO Plus von Samsung drauf. Wir haben den 8700K, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und wir haben ein 32 GB Kit Vengeance LPX von Corsair mit 2666 MTS. Ich würde immer noch gerne die CPU und das Mainboard als Fehlerquelle ausschließen. Deswegen testen wir jetzt zuerst den RAM, indem wir einfach jeden Stick abwechselnd auf meine Testbench draufpacken und schauen, ob es da angeht. Regel Nummer 1 ist drin. Wir schauen, ob der Gerät bootet. Ah ja, ich kann schlecht ein Bild bekommen, wenn ich kein Kabel angesteckt habe. Perfekt. Sehr schön, der erste Riegel läuft auf jeden Fall schon mal, wird ganz normal in Windows angezeigt und jetzt testen wir den nächsten. Und das machen wir jetzt einfach nacheinander durch, bis wir alle vier getestet haben. Ich habe jetzt alle Riegel durchgetestet, auch doppelt getestet und ja, ich denke, ich habe den Fehler gefunden. Mit diesen drei Riegeln hier bootet meine Testbench ganz normal. Ich habe alle drei einzeln getestet, ich habe sie zusammen getestet. Ganz normaler Boot, werden ganz normal in BIOS erkannt, werden in Windows erkannt, funktioniert einwandfrei. Mit dem Riegel, der jetzt gerade drin ist, passiert gar nichts. Also wir haben genau den gleichen Fehler jetzt im Prinzip. Es scheint alles zu funktionieren, alles dreht sich schön, Lüfter sind an und so weiter. Aber wir kriegen kein Bild. Wenn ich den Riegel wieder rausnehme und einen anderen von diesen drei Riegel reinsetze, kriegen wir wieder ein Bild. Ich habe den Riegel auch auf meiner anderen Testbench nochmal durchgetestet. Exakt gleicher Fehler. Es wird kein Bild ausgegeben, wenn dieser RAM-Riegel auf dem Mainboard steckt. Deswegen werden wir hier an der Platine und der CPU und der SSD erstmal nichts weiter verändern. Wir werden jetzt erstmal schauen, ob wir hier einfach mit neuem RAM ganz normal in Windows reinbooten können. Wenn ja, dann haben wir das Problem gelöst und es lag am RAM. Ich habe die Plattform mit Mainboard und CPU jetzt nochmal auf die Bench geschmissen und weil der RAM ja kaputt ist und der hatte davor 32 GB RAM, bekommt er jetzt auch wieder 32 GB RAM. Das hier ist ein 32 GB Kingston Fury Beast mit 3600 MTS müssten das sein. Ist natürlich deutlich schneller als das, was davor drin war, sollte aber eigentlich ohne Probleme laufen. Der neue RAM ist jetzt drin und das System bootet sofort. Wir bekommen sofort ein Bild, wird alles erkannt, läuft also einwandfrei. Wir konnten den Fehler also identifizieren. Der defekte RAM-Riegel hat dafür gesorgt, dass das System kein Bild mehr ausgegeben hat. Wir haben dann alle Komponenten einzeln durchgetestet, wir haben die RAM-Riegel durchgetestet und jetzt läuft das System mit neuem RAM wieder einwandfrei. Jetzt fragt ihr euch natürlich sicherlich, ja Ben, warum hast du den RAM nicht als allererstes ausgetauscht? Hätte ich natürlich machen können, ist ja ein relativ häufiger Fehler, dass zum Beispiel ein RAM-Riegel kaputt geht. Es gab zwei Gründe, warum ich das nicht gemacht habe. Erstens war die IO so eingebaut, dass ich an den RAM gar nicht rangekommen wäre, ohne sowieso alles auseinanderzunehmen. Und zweitens war natürlich mein Plan, das ganze Teil sowieso auseinanderzunehmen, weil in das Gehäuse baue ich das System definitiv nicht wieder ein. Weil wir das System natürlich in ein ganz neues Gehäuse einbauen, das ist das Deepcool CK560, hat einen super Airflow, hat ein paar RGB-Lüfter drin verbaut. Und ja, ihr habt ja gesehen, wie sehr wenig Platz die 3070 in dem alten Gehäuse hatte. Und dann, ja, es schadet einfach nicht, ein neues Case zu verwenden, einfach nur, weil man ein bisschen mehr Platz hat. Und das macht das Kabelmanagement deutlich leichter. Und es ist einfach insgesamt deutlich einfacher, irgendwas zu reparieren, falls mal wieder irgendwas kaputt sein sollte. Und weil ich dem verbauten Netzteil nicht so ganz vertraue, gibt es natürlich auch noch ein neues Netzteil dazu. Das ist ein Straight Power 11 von BeQuiet mit 650 Watt. Ach ja, und das RAM-Kit bekommt ihr natürlich auch. Das sind übrigens alles meine eigenen Komponenten, deswegen ist das Video hier auch nicht als Werbung markiert. Aber natürlich würde es mich sehr freuen, wenn wir für die nächsten Folgen vielleicht ein paar Sponsoren finden können. Ich baue den PC jetzt schnell zusammen und dann sehen wir uns mit dem fertigen Ergebnis gleich wieder. Ja, Freunde, so sieht dann das fertige System aus. Und meiner Meinung nach ist es wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Es funktioniert jetzt alles wieder einwandfrei. Es werden alle Platten ganz normal erkannt. Grafikkarte läuft ohne Probleme. Der RAM wird wieder erkannt und wir haben auch super Temperaturen. Und ich habe hier natürlich nochmal Thermal Grizzly Hydronaut drauf gemacht. Einfach nur, weil die Wärmeleitpaste, die davor drauf war, war wahrscheinlich die von der AIO und die sind meistens nicht so gut. Also wird hier Hydronaut drauf gemacht. Einfach nur, weil es meiner Meinung nach, ja, für solche Fälle das Beste ist. Es ist natürlich ein bisschen suboptimal, dass wir hier mit einem M-ATX-Board arbeiten mussten. Und es sieht jetzt nicht so wunderschön aus, wie mit einem Full-Size-ATX-Board. Aber alleine durch das neue und deutlich geräumigere Gehäuse und natürlich das deutlich bessere Kabelmanagement macht die Kiste jetzt schon deutlich mehr her als davor. Zumindest meiner Meinung nach, vielleicht fandet ihr es ja auch davor schöner. Ich persönlich bin mit dem Bild aber jetzt sehr, sehr zufrieden. Wir haben den Fehler relativ zügig entdeckt, konnten ihn schnell beheben, indem wir einfach den RAM getauscht haben. Und wir haben dem Viewer hier noch ein schönes Upgrade gegeben. Ich denke, darüber wird er sich auf jeden Fall freuen. Er hat jetzt ein sehr, sehr gutes Netzteil drin. Er hat ein super Gehäuse, er hat super RAM drin. Und damit sollte er für die nächste Zeit und die nächsten Jahre auf jeden Fall erstmal gewappnet sein. Ja, meine Freunde, das war es dann auch schon wieder mit der ersten Folge vom Reparier-Ben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir persönlich hat es super viel Spaß gemacht. Ich liebe es, einfach auf Fehlersuche zu gehen und dann Fehler zu beheben und Sachen zu reparieren. Ich will jetzt gar nicht mehr viel rumlabern. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar unten rein, falls ihr Fragen oder Verbesserungsvorschläge habt. Und ihr könnt mich natürlich auch gerne mit einem kostenlosen Abo hier auf dem Kanal unterstützen. Und vielleicht ist euer PC ja auch kaputt. Oder ihr kennt jemanden mit einem kaputten PC. Dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Und vielleicht ist euer PC ja dann in der nächsten Folge vom Reparier-Ben. Bitte nicht traurig sein, wenn ihr dann nicht rankommt. Ich kann jetzt natürlich auch nicht tausend PCs die Woche reparieren. Ich habe noch super viele andere Sachen zu tun. Aber ich bin mir sicher, dass wir da auf jeden Fall ein paar coole Folgen zusammenbekommen werden. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann besucht mich auch gerne auf meinen anderen Plattformen. Ich habe euch unten alles verlinkt. Ich bin eigentlich überall aktiv und streame fast jeden Tag ab 19 oder 20 Uhr auch live auf Twitch. Dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.